Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu Fallout 4 Ja, also wie in der letzten Folge ist das eine Nachsynchronisation und ähm, ja ich weiß nicht, irgendwie in der Folge scheint es mir besonders schwierig zu werden weil ich habe keinen Plan mehr, was ich da machen wollte Ich glaube ich wollte einfach mal so ein bisschen gucken, wie äh die Werte denn bei meinen einzelnen Standpunkten so sind und äh, dieses Ausrufezeichen bedeutet im Prinzip Alter, tu mal was, sonst hast du ein Problem Weil äh, sobald deine Siedlung eben Rohstoffe produziert ist sie natürlich auch ein Ziel für die Raiders und anderes Gesocks und ähm, dann ist es halt auch so, dass sie dich dann überfallen können Ich weiß nicht, ob sie die Bewohner töten ob sie die Häuser verwüsten oder ähnliches aber auf jeden Fall wagen sie so ein paar Rohstoffe ab und das kann man ja dann verhindern und äh, ja deswegen glaube ich, dass wir uns dahin bewegen aber erstmal skillen natürlich Ich habe da was gesucht, also dieser lokale Anführer-Dings da das wollte ich unbedingt mal haben weil man dann eben diese komischen, äh, Handelsrouten einrichten kann die ich irgendwie immer noch nicht so ganz gecheckt habe aber ich glaube man muss es einfach mal gesehen haben und äh, ja, ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich ist irgendwann mal alle Talente auszuskillen es sind nämlich unheimlich viele aber der lokale Anführer ist auf jeden Fall mal ein Anfang und ich meine, dass ich sogar für meine komische Apotheke da diesen Laportisch Laportisch, mhm, mit P wie P-P und so, äh, für den brauche ich sogar Stufe 2 lokaler Anführer deswegen, äh, ist der Plan auf jeden Fall die beiden jetzt erstmal auszubauen eins haben wir jetzt das zweite wird dann beim nächsten, äh, Level abfolgen und äh, dann glaube ich, dass wir doch dann zumindest irgendwann mal anfangen können auch beispielsweise unsere, äh, Siedlung in Sanctuary irgendwie so weit auszupimpen oder aufzupimpen, dass ich zu der Red Rocket Station vielleicht gar nicht mehr gehen muss aber es ist halt, äh, ja ein langwieriger Prozess vor allem wenn man so gammlig spielt wie ich ähm, das ist übrigens die letzte Folge, die ich am alten PC aufgenommen habe die neue Folge existiert zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht ich wollte nur noch mal be- ja, anmerken, dass diese Rüstung über sexy aussieht ähm, äh, ich habe jetzt aber auch gelesen man kann irgendwie die Kleidung parallel dazu trotzdem tragen das sieht dann vielleicht nicht mehr ganz so bescheuert aus sollte man dann mal in Erwägung ziehen ähm, jetzt kommt erstmal ein bisschen rumgepimmelt weil ich wieder überfordert bin mit diesem Ding aber man kann ja mit Hilfe von diesen Wachposten praktisch den Verteidigungswert so weit erhöhen, dass es eben, äh, ja zur Verteidigung dient äh, die brauchen teilweise ziemlich blöde Rohstoffe ich habe natürlich jetzt wiederum vorbereitet wie ich bin wieder nicht alles eingepackt und ähm, ja das ist dann halt irgendwie blöd weil mein Vorhaben ja letztlich war das Ding hier ein bisschen auszubauen äh, finde ich es immer wieder gut, dass ich mich so gut vorbereite und die Hälfte irgendwo anders liegen lasse ich finde es eh unheimlich schwierig irgendwas nachzusynchronisieren vor allem wenn es zu weit zurückliegt naja, es kamen halt einige Dinge dazwischen ich hatte halt leider keine Zeit äh, sechs Schichten, äh, zehn Stunden habe ich hinter mir und äh, ich bin an sich immer noch ziemlich groggy davon ich hoffe, dass die nächste Zeit vielleicht wieder ein bisschen entspannter wird dann komme ich auch schneller dazu oder aber noch besser wäre mir würde so ein Scheiß nicht nochmal passieren gut, ist natürlich alles in der Hektik so ein bisschen passiert das habe ich euch ja mal ganz kurz angedeutet in der letzten Folge am Ende äh, ich wollte alles herrichten die Backaxe saven und halt möglichst alles schnell noch hochladen damit ich halt mir auch die Übertragung auf die Festplatte sparen kann deswegen habe ich dann geguckt, dass ich schnell noch bevor der Rechner kam alles gerendert habe, was ich noch hatte und habe das dann auch hochgeladen nur scheinbar habe ich beim Fallout Let's Play ordentlich verschissen ähm, wie gesagt, ist halt so gewesen ich habe das Zeug gerendert und exportiert, hochgeladen und da ich da, glaube ich, mindestens fünf oder sechs Folgen Vorsprung hatte habe ich mir das auch vorerst gar nicht mehr angeschaut und äh, dann wollte ich letztens für Folge 23 dann anfangen Thumbnail und Titel zu machen tja, da kam dann die lustige Feststellung what the fuck, der Spielsound ist da aber deine Stimme überhaupt nicht ja das hatte ich, glaube ich, schon mal bei ein paar Spielen und ich muss ehrlich sagen ich habe mir eigentlich geschworen, darauf besser zu achten aber aufgrund dessen, dass es halt dann doch relativ fix ging mit dem PC na, ihr wisst ja noch vielleicht eine Woche oder zwei habe ich fast gar nichts gehört vom Lieferanten und dann auf einmal ist es so ja, also morgen kommt er dann sehr kurzfristig Hektik ist halt nie gut deswegen, äh, warne ich auch gerade noch ziemlich darüber äh, oder darauf, dass ich eben, äh wieder regelmäßig zwei Videos hochlade bevor ich das groß ankündige oder so mache ich es lieber erstmal noch so, wie ich es gerade mache dass hin und wieder mal sporadisch zwei Videos kommen aber im Normalfall eines pro Tag äh, liegt einfach daran, dass ich, äh zum einen, wie gesagt, nicht so arg viel Zeit habe allein dadurch, dass ich jetzt twitche und so weiter ist da sowieso nochmal was weg an Zeit was ich sonst immer hatte für YouTube ähm dann die Arbeit, klar ist Urlaubszeit sind jetzt fast alle im Urlaub gefühlt da muss man natürlich ein bisschen mehr machen und auch leider öfter kommen äh, das alles zusammen ergibt sich natürlich dann und resultiert dann darin dass man halt deutlich weniger Zeit hat für irgendwelche Let's Plays oder so und ähm, dass eben genau das nicht passiert was jetzt eben doch passiert ist wegen dem Rechnertausch und so weiter ist halt, äh ja dass man halt irgendwas verkackt dass beim Rendering irgendwas absolut nicht stimmt oder ähm oh, ich bin ein bisschen heiser naja egal, geht schon äh, oder dass eben so ein Scheiß passiert dass eben nur gefühlt die Hälfte hochgeladen wird also einmal habe ich es auch schon geschafft da habe ich aber zum Glück die Rohdaten noch gehabt ich weiß gar nicht mehr bei welchem Spiel da war es dann einfach so ja, also da war meine Voiceline zwar da dafür hat der Rest gefehlt also kein Bild, kein Ingame-Sound einfach nur 15 Minuten mein Gequassel auch nicht schlecht äh ich denke mal fast, dass man das, was ich ursprünglich jetzt hier hatte am ehesten noch machen könnte und zu sagen, okay Leute so schaut's aus äh ohne Voiceline, weil keine Zeit aber das wollte ich dann doch nicht tun allerdings, wie gesagt das kann man halt eher noch vertreten weil man es dann einfach als Silent Gameplay oder wie auch immer man den Scheiß nennt äh, bezeichnen könnte aber wenn du natürlich gar nichts siehst und mich nur brabbeln hörst das ist dann glaube ich uncool nur wenn ich dann abgehe hier so habt ihr das gesehen? habt ihr das gesehen? und ihr seht Black Screen geil total cool also nicht naja man kann nicht alles haben mir fällt jetzt auf, dass man hier für manche Bau, äh ja, Bauobjekte sag ich jetzt einfach mal teilweise auch, äh, Kronkorken braucht und da muss ich mir langsam auch mal was raussuchen wie ich das am besten hinkriege aber ich glaube der nächste Plan und ich denke mal, dass da auch so ein bisschen das Geld wartet wäre dann ähm, also ich weiß nicht bis wann ich's schaffe aber ich will demnächst auf jeden Fall mich auf den Weg machen Richtung Diamond City weil ich denke mal, dass du da am ersten noch auf Zivilisation triffst vielleicht sind da auch irgendwelche Händler die dir tolle Preise machen oder einfach mal ein paar Quests hier sagen Junge, du bist der Geiste und dir das dann auch zeigen in Form von Gold also, naja, Kronkorken in dem Fall Meint ihr denn, die edlen Rohstoffe in diesem Spiel wären dann goldene Kronkorken? Ich meine, bei uns gibt's Gold, Silber, alles Mögliche und eben Geld da gibt's nur Kronkorken also da müssen sie folglich Gold sein ich find die Theorie geil ne, echt jetzt so ein bisschen so, das war der Zeitpunkt dann, wo ich tatsächlich mal geschafft hab ein paar Materialien mitzunehmen ist da jetzt auch nicht unbedingt das, was selbstverständlich ist wie gesagt, ich verpeile gern mal was aber, naja, so ist das halt ich glaube auch, wenn ich's richtig in Erinnerung hab mangelst Zeit hab ich natürlich nicht mehr vorher reingeschaut was hier überhaupt passiert aber so viel passiert hier nicht im Prinzip ging's mir hauptsächlich darum ein bisschen die Verteidigung zu stärken weil mir das eben aufgefallen ist wegen diesem unscheinbaren Ausrufezeichen und äh, ich natürlich nicht möchte dass meine nette Abernethy Farm irgendwie überrannt wird oder so ja, mir ist bewusst dass die Familie Abernethy den ganzen Laden hier in Schwung hält aber ich bezeichne sie mittlerweile trotzdem als meine Farben weil, naja das Spielmenü sagt das so find ich auch cool, dass es halt so einen flachen Wachposten gibt und einen hohen weil, also der hohe ist natürlich der Klassiker ne so a la Türmchen, wie's bei manchen Spielen so ist äh, aber manchmal passt das einfach nicht und dann reicht eigentlich auch so ein flacher Schutzwall das ist total okay ja, so Geschütztürme, die sind natürlich richtig cool die erfordern, wenn ich's jetzt richtig äh, gerafft habe keine Besetzung also, bei den normalen Wachposten also, bei den normalen Wachposten musst du ja im Prinzip immer einen dahinter stellen der dann da halt ja so vor sich hin wacht aber bei den Geschützen ist auch Sinn der Sache, das sind Selbstschussanlagen so, und da hab ich jetzt zum ersten Mal gesehen, was passiert, wenn man den Bereich verlässt sieht irgendwie auf den ersten Blick immer so aus als wäre das übelst groß das Areal aber wenn man dann doch mal das Baumenü rausholt dann irgendwie doch nicht ich weiß noch nicht naja, ist immerhin nicht Siedler da konnte man allerdings den äh, bekannten Bereich oder das Areal, wo man baut, irgendwie erweitern mit irgendwelchen Geologen ich bezweifle ein wenig, dass das hier auch geht aber ich bin jetzt echt gleich gespannt, weil wenn ich das hier äh, synchronisiert hab werde ich mich dran machen und die nächste Fallout-Folge direkt aufnehmen und ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das so spielt in 16 zu 9 ich kenn's jetzt wie gesagt immer nur in der Schrott-Version, also in 4 zu 3 äh, da siehst du natürlich doch einiges weniger das Field of View ist einfach natürlicherweise äh, deutlich kleiner und ähm, daraus ist auch der Bug entstanden, den ich mal hatte äh, ihr könnt euch vielleicht erinnern, ganz am Anfang da hatte ich ja so ein bisschen Probleme mit dem Schlosserknacken weil, ja, ich hab schlicht das Schloss nicht gesehen und äh, das war zwar nicht ganz, äh, Unrecht als ich euch gesagt hab, das ist ein bekannter Bug einige Leute haben das, nicht alle aber äh, den Zusammenhang, den hab ich euch damals natürlich noch nicht gesagt da äh, wollte ich noch ein bisschen warten, bis eben der neue PS PC da ist und ich dann alles hab und dann kann man's erklären wie gesagt, also mir wird ja mehrfach geschrieben, ist nix peinliches, das ist doch okay aber ich glaube in der heutigen Zeit ist 4 zu 3 einfach vorbei ähm, deswegen also der Bug war zwar da, ja, das ist richtig mhm, aber bei allen, die's geschrieben haben, die haben dann bestätigt, dass sie eben in 4 zu 3 gespielt haben und äh, es wahrscheinlich dann daran liegt und äh, wenn du ganz normal in 16 zu 9 spielst, hast du dieses Problem eben nicht denn äh, ja, das Spiel ist nun mal für diese Auflösung konfiguriert das ist auch ein Grund, warum ich dann eben gesagt hab irgendwann, okay, jetzt muss auch ein neuer Bildschirm her du merkst immer mehr, dass eben die Spiele den Support nicht mehr haben für 4 zu 3, äh wenn man sich jetzt mal anschaut, so Sachen wie GTA und so eigentlich auf den ersten Blick auch das hier du kannst ohne Probleme auf 4 zu 3 spielen aber äh jetzt halt hier waren halt schon die ersten Bugs und äh, wenn man sich dann mal Overwatch anschaut konnte ich zum Beispiel zwar spielen aber eben mit einem extrem kleinen Sichtfeld weil äh, oben und unten natürlich diese Balken waren da hat Blizzard direkt gesagt so nö, 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 nö 16 zu 9 hat eh keine Sau mehr brauchen wir nicht mehr den Support und das war halt auch so eins der Sachen wo ich gesagt hab, okay, also jetzt wird's dann echt höchste Zeit und ähm, ja, ich bereue's nicht klar, es ist ein bisschen fummelig wenn man den Rechner erstmal neu hat muss man einige Sachen einstellen ihr habt's ja auch gesehen in den Videos ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Sound aber so langsam wird's besser ähm, also meine Voiceline ist natürlich wieder genauso wie vorher äh, ein paar Kleinigkeiten das ist mir beim Twitchen aufgefallen ist halt, dass teilweise der Sound von denen, die zum Beispiel im Teamspeak mit mir sind wenn wir zusammen spielen, etwas seltsam ist geile Waffe by the way, die will ich haben das sieht aus wie eine Kettensäge, äh mit Automatik warte mal, eine Kettensäge hat immer ach du Scheiße was laber ich denn so und da wollte ich dann nochmal zurück zu diesem Güterbahnhof weil äh ich mir so dachte, okay ich weiß ja noch wie es war, ich hab mir da einiges geholt geplündert aber ich kenne mich weil ich lass gern mal was liegen das ist halt so ein kleines Problem, was ich hab und ähm da ich natürlich fleißig weiter Rohstoffe suche äh darf ich natürlich auch nicht vergessen die Stellen nochmal abzuklappern an denen ich vielleicht schon mal war deswegen bin ich nochmal hier hin zurück ist auch geil hier ne so ein Schlafsack oder so eine Matratze so mitten unter einem Wrack vom Flieger da schläft sich's bestimmt gut und ein Scheißhaus ganz wichtig äh also die Schüssel zum Erfolg ist einfach das Klo ganz einfach find's eh geil hier so 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 das find ich halt auch gut gemacht das hast du in vielen Spielen eben nicht ähm in vielen Spielen wo Fässer sind die reagieren höchstens auf Schüsse haben dann halt ein paar Löcher wackeln mal kurz aber das war's dass das hier halt richtig so runter purzeln lassen kannst das ist geil aber ich muss ehrlich sagen ich weiß jetzt gar nicht mehr warum ich da eigentlich hin bin aber ich glaube es ging mir schon darum so ein bisschen Rohstoffe zu sammeln aber gleichzeitig da hat man es ja ganz im Hintergrund glaub ich gesehen Diamond City die große Hauptstadt da ist natürlich das Ziel und achja die Mülldeponie genau ähm hier wird geschossen ist auch cool find ich aber auch ganz cool dass man halt manchmal auch einfach so wie soll ich das sagen so so random Schießereien einfach sieht oder hört wo halt dann praktisch irgendwelche anderen Freaks gegeneinander kämpfen ich fand das sowieso schon immer komisch in so einer Welt wo es mehrere Fraktionen gibt dass dann die lustigerweise immer erst dann anfangen zu kämpfen ähm ja wenn eben der Spieler vorbeikommt ich meine die müssen sich ja untereinander auch mal kloppen ja hallo wer ist er denn hier ob ihm einer gesagt hat dass er keinen Pimmel hat man weiß es nicht ja das ist natürlich auch gefährlich muss viel mehr auf diese gelben Fässer achten ja Toll Kotzi hat ihn getötet hast du fein gemacht alter Killer du ne also ich muss auch wirklich auf diese Fässer achten solange bis ich endlich ein sinnvolles Mittel gefunden habe gegen die Verstrahlung Gott ich hasse so Puppen was Jangles der Mondaffe einsammeln echt jetzt das ist ja cool Gummibonbons mutierte Farbenblume aber so richtig abgefucktes verstrahltes wow ja ich kann es natürlich jetzt schlecht so rüberbringen wie vorhin aber da bin ich übelst erschrocken an der Stelle weil damit hätte ich ja gar nicht gerechnet ein legendärer Red Scorpion mit einem Sternchen scheint also besonders starker zu sein ich würde es jetzt mal als Elite Gegner bezeichnen oder gar als Boss und ihr seht schon meine Knarren die äh ja da kann man sich echt komplett leer schießen an dem Scheiß da hast du nämlich irgendwann einfach keine Muni mehr bin ja eh mal gespannt ob man Diamond City Muni kaufen kann wäre echt geil weil an sich ist es ja echt bisschen morx wenn du hier immer durchswitchen musst nur weil du grad für die eine Knarre keine Muni mehr hast mein wenn das ab und zu ist klar aber wenn du hier dauerhaft irgendwelche Waffen spielen musst die du gar nicht willst nur weil du für die grad Muni da hast weiß ich nicht das ist dann auch nicht so geil also ich würde da schon ganz gern so ein bisschen so naja wie soll ich sagen spielen halt wie ich möchte und nicht irgendwas aufgezwungen bekommen das mag ich immer gar nicht achja schicker Fernseher ne aber auch geil fand ich jetzt einfach Elite Gegner getötet und was ist drin so ein bisschen Red Skorpion Fleisch geil da kann man auch genauso gut einen Client töten das ist überhaupt nichts sinnvolles das ist einfach schwach mit einem Boss absolut nicht angemessen irgendwie deswegen das Loot System verstehe ich manchmal auch noch nicht aber das war ja bei Skyrim ähnlich du tötest übelst den Oberboss kriegst da hier keine Ahnung zwei Pfeile oder so und dann pimmelst du irgendwo durch eine verlassene Höhle wo wirklich keine Sau ist wo du alles locker easy einfach einsacken kannst und kriegst hier fette Waffen und Tränke, Elixiere was weiß ich alles ja das ist irgendwie deprimierend keine Ahnung ich finde auch die Plakate immer echt geil also generell diese Welt wie sie geschaffen wurde wie so designt ist in Fallout finde ich richtig richtig cool ja ja Vorsicht Strahlung das Schöne ist ja dass das hier scheinbar nur so eine temporäre Strahlung zu sein scheint ähm wenn du praktisch von diesen Fässern wegläufst dann geht die wieder zurück das ist cool aber wie gesagt ich muss jetzt demnächst nach Diamond City was ich mitbekommen hab was man mir auch schon geschrieben hat was ich aber auch schon mal wo gelesen hab ist dass in Diamond City eben ein Arzt ist der einem die Strahlung mit einem Mal auf jeden Fall wegnehmen kann aber ich glaube der will natürlich ein bisschen Kohle für haben weil naja Ärzte die arbeiten ja nicht irgendwie für die Menschheit um hier keine Ahnung etwas Gutes zu tun oder einfach nur ihren Job zu machen nein die wollen Kohle damit machen und da es hier wohl kaum noch irgendwelche großartigen Krankenversicherungen gibt geschweige denn irgendwelche Beitragzahler muss man sich halt anders zu helfen wissen also Kohle aus den Taschen ziehen so siehts nämlich aus Freunde es lebe der Kapitalismus oder wie es in diesem Spiel heißen müsste der Kronkorkismus so und jetzt habe ich erfolgreich meinen Einsatz versaut das war tatsächlich schon das Ende what the fuck sag ich dazu nur ähm dann bis zum nächsten Mal dann auch mit der richtigen ersten Folge auf dem neuen PC mit hoffentlich funktionierender Voiceline und so weiter und so weiter würde mich freuen wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lasst und beim nächsten Mal wieder reinschaut bis dann ciao Ciao